So, und weiter geht's. Jetzt ohne YouPorn. Nein. Tatewechsel, ne? Ja, klar. Jetzt müssen wir aber eine nehmen, die wir... ...Polizeirevier... ...das. Ist doch doof. Ich heiße dich. Danke. Ich geh nach Hause. Tschüss. Das ist immer der gleiche Text. In kleinen Zellen spielt jedes Individuum eine kleine Rolle. Jetzt ist... ...nur eine Sekunde länger zu über... ... ... Jetzt hast du mich völlig aus dem Konzept geworfen. ...nur eine Sekunde länger zu überleben, kann den Team Sieg sichern. Das stimmt. Ja. Das stimmt echt. Ich bin... Ach so. Ich könnte auch einfach wieder Alexa Witze vorlesen lassen. Nein. Ach komm, mach mal. Das ist nicht auch Team Sieg. Komm, mach mal. Ich hab jetzt keinen Bock, die boxen nicht wieder auf Chains Standby. Hallo. Ich find die scheiße. Aber irgendwie cool. Ja, jetzt... Hi, Prinzess. So, Prinzess holt jetzt den Sieg für uns. Ich versteck mich hier irgendwo. Prinzess ist wahrscheinlich da, wo sie immer ist. Bei den Fischen. Ja. Fischi, Fisch, Fisch. Ihr braucht mich gar nicht zu suchen. Ich bin nicht mehr auf der Map. Ich bin weg. Ja, sie ist tatsächlich bei den Fischen gewesen. Oh, ich hab sie knapp verpasst. Wop, wop, wop. Ja, Frank. Dann sind wir beide nur noch dran, ne? Du brauchst mich nicht zu suchen. Wo gehen wir hin? Sag ich dir nicht. Okay. Wusstest du, dass, ähm, wenn man versucht zu überleben, es meistens es eh nicht schafft? Du bist aufgefallen, irgendwie fehlt hier was. Kann das sein, dass die Ranglisten-Maps... Ja, toll, voll daneben geschossen sind. Kann das sein, dass die Ranglisten-Maps ein bisschen anders sind als die Faktas? Nein, es liegt nur daran, ob du die große oder die kleine Version spielst. Aber bei der großen Version ist doch hier vorne auch ein Auto, oder nicht? Nein, nur auf der kleinen... Also, bei der kleinen ist ja noch so ein... Kleines, also ein Polizeiauto noch davor. Da sind da mehr Hindernisse dazwischen. Und da liegt dann, glaube ich, auf dieses eine Auto, was da steht, noch ein Auto geparkt. Oh, Paul. La, 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 la. Haben wir jetzt gerade echt irgendwie verloren, CP? Ja, haben wir. Weil ich dachte, dass da ein Polizeiauto wäre. Nicht denken, erschießen. Nicht denken, erschießen. Die Perle ist wieder bei den Fischen. Fang, glaube ich, da hinten gesehen. So, diesmal schwimmt sie auch bei den Fischen. Loll. Stirb. Ah, scheiße. Durchaus noch, stirb. Scheiße, aber ich habe ihn mitgenommen. Immerhin. Toll, ich habe auf Curry gezielt, weil er geschossen hat. Hä, ich war doch noch gar nicht da. Ich hocke, da bist du gestorben, bist noch im Gully. Dann hat Frank an mir vorbeigeschossen. Das sah aus, als ob aus der Richtung schießt. Ich habe ein paar Mal an dir vorbeigeschossen. Ich habe einfach nur grob in deine Richtung geschossen. Ach, so wie immer. Ja, nee, ist immer nur in deine. Du schießt doch immer nur grob in eine Richtung. Aber wieso fangen sonst immer alle Zombies um? Ja, hin und wieder mal. Ja, aber besser als gar nicht, ne? Ja, ist doch so schlimm. Manchmal findet er auch ein blindes Hund einen Korn. Vanessa ist jetzt mal nicht im Gully. Frank Gemma ist kaputt. Wenn du das sagst. Ja, auf jeden Fall nicht da, wo er jetzt auf mich wartet. Der war bei der Unterführung, beim Polizeistation. Scheiße. Aber du hast mich überhaupt nicht getroffen. Hä, da hat irgendwas Blitz gemacht? Ja, bei mir aber nicht. Und ich habe Punkte gekriegt, 100. Vielleicht war es dein rechtes Ei. Hä? Hier fehlt nämlich auch ein Auto, wo ich jetzt bin. Also mein Gemma hattest du nicht zerschossen. Auf jeden Fall nicht. Okay. Keine Ahnung, was ist das denn da? Das ist dein rechtes Ei. Oder schlägt das in der Mitte. Ja, wie wir alle wissen, hat Frank drei Eier. Ja, ja. Eins hat auch ein Eis Curry. Oh ja. Mit oder ohne Soße? Mit. Ich bin das Beharrte. Einer rett nach links. Na ja, das Frank. Der rett meistens nach links. Mhm. Der ist so ein kleiner Linksträger. Linksträger. Wenn man drei Eier hat, sind schwer zu sagen, wo man es hinfuckt oder wo nicht. Ich erkläre dir, weil wir die Aufnahme nicht läuft, was Linksträger bedeutet. Oh, wo warst du? Ach, da. Oh, ich sehe eine Nacht wieder bei den Fischen. Da war ich gerade. Gerade hatte ich da nichts gesehen. Vielleicht ist sie ja jetzt entwicklisch. Oh, ich weiß, wo sie ist. Ich weiß, wo sie ist. Bei den Fischen. Nicht bei den Fischen. Sie ist tot. Ich müsste hier nur auf so die Seite treten und die Niere so BAM BAM BITCH BAM. So richtig die Matsche raushängen lassen. Erst die Frau alle Gelenke kaputt schießen und dann auch nachtreten. Boah, ich werde mir unter der Nacht mal Dingens so ein bisschen aufrüsten hier. TTT. TTT. Da muss einiges runterladen. Ja, ich kann dir einfach Dings... äh, kicken. Ich schicke mal einen Server. Ja, stimmt, dann lebt er das automatisch wohl. Ja, mach mal. Genau. Ich habe theoretisch einen Server. Also, was heißt ich habe? Ich könnte einen aufmachen. Da hat gerade irgendjemand was geschubst. Ja, da kriegt was. Ist markiert. Ist tot. Ja, war Frank. Ja, er kämpft wieder auf der Mauer. Ja, ich wusste, dass du da langkommst. Deswegen habe ich da gewartet. Arsch. Ich glaube, das ist... Du läufst schon eine ganze Zeit lang. Und das ist bestimmt wieder... Unten? Bei den Fälschen, ja, ich suche schon. Ich hasse dich. Oh, scheiße, das hört ihr ja gar nicht. Mist. Oh, ich brauche ein anderes Mischpult. Anderes Mischpult? Mh. Curry hat schon sieben Kits gemacht, okay? Curry ist der Killer heute. Eigentlich nicht nur heute. Na, einer von euch schuldet immer bei den Fälschen. Der andere lässt sich immer von CP ficken. Komm und hol mich. Oh, wie lange du brauchst, um das Schwert rauszuziehen, ne? Okay, ich bin hier in der Säule. Er tötet mich. Unmöglich. Äh, nein. Doch. Nein, guck bei mir im Video. Du warst für mich schräg hinter der Säule. Ich stand schräg vor dir. What the fuck? Es gibt kein Schräg in diesem Spiel. Hm? Guck so. Nein, ich hab dich voll gesehen. Also du lagst zwar... Hätte ich jetzt gerade vor dir gestanden, hätte ich dich nicht gesehen. Aber ich hab ja schon vorher gesehen, wie du dahinter gekrabbelt bist. Du standst gerade gegenüber von mir. Nein. Und zwischen uns war eine Säule. Guck im Video. Zwischen uns war keine Säule. Du musst eben im Video gucken. Ich hab's doch gerade live gesehen. Die Waffe ist doch nicht so gut, ey. Boah, du Arsch. Jetzt war keine Säule zwischen uns. Da stimme ich zu. Jetzt war gar nichts zwischen uns. Er hat noch ein paar Kugeln. Für die kurze Zeit. Ich hasse ihn so sehr. Ich hasse ihn so sehr. Sind du und Frank jetzt wieder drin, oder? Nee, ich und Vanessa. Okay. Danach bin ich mit Frank wieder. Jo. Oder hast du mich gar nicht mehr lieb? Nein, sowieso nicht. Hatte ich noch nie. Er hat immerhin vier Kinder von mir. Ja. Und das fünfte ist unterwegs. Nicht von dir. Würde ich mir mal Gedanken machen. Und Tschüss. Oh, Vanessa. Oh, Vanessa. Ist dir langweilig? Ah. Starte, bevor sie sich überlegen. Nee, mach eine andere Map. Ja. Wo kommst du wieder ins Dis... Ja, genau. Wo kommt die an? Ich glaube, die hat schlechte Laune. Nee, die Zockerbude ist noch. Oh, so. Ja, ich bin eh abgehauen. Wunderbar recht. Wir haben uns eben ein bisschen angeschwiegen. Naja, da flog ja auch gerade im Chat extrem viel Sprühscheiße. Ja, der ist ja gar nicht mit drin. Ein gesprenkelter Sprühwurst. Nö, der ist offline. Ja, aber er ist auch nicht mit in den Zockerbude. Nein, ich meinte ja auch hier im Chat. Ist ja auch nicht hier im Zockerboden-Chat passiert. Achso, hier im Chat. Hier lief Sprühscheiße. Wann soll ich wissen, was bei Zockerbude abläuft? Boah, die auch was fragen. Hä? Ich hab zwar große Eier, aber so groß ist ich ihn nun auch wieder nicht. Achso, meinst du? Ja, okay. Ach, das habe ich ja egal. Ich nehme eh die Granaten zu sagen. Annihilate die Opposition. Eigentlich müssen wir das auch gleich mal wieder aufnehmen. Das ist ja so schön ruhig. Ja. Eigentlich fände ich es schöner, wenn Vanessa mit dabei ist, wenn ich aufnehme. Ja, das hatte ich ja vorhin auch gesagt. Eigentlich sollten es alle wenigstens vier dann sein. Oder fast am besten alle. Joa. Ist immer das Beste. Einer läuft rechts. Ach, ich spiele mit Vanessa im Moment. Einer läuft rechts. Wo bist du? Unter dir. Wann bist du denn da? Ich hab doch die Granate... Oh Mann. Ich bin... Ich hab die Granate noch da oben drauf geworfen. Ja, ich weiß. Ich bin ja da ausgewichen bei der Granate. Ich hab ja auch eigentlich die ganze Zeit hingeguckt. Aber ich muss wohl in der Sekunde, wo ich den Typen rechts beobachtet hab, musst du dich wohl unten durchgestichen haben. Jo. Auf welcher Seite steht sie? Die ist hinter der kleinen Mauer von Kirby-Torty. Nein, 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 nein. Ist sie denn da? Die ist bei mir. Nein, hinter der kleinen Mauer von Kirby-Tort liegt. Mhm. Und wer ist gerade um mich durchgekrochen? Das war ein Hündchen. Ja, ist klar. Ja, das frisst du sogar noch. Guck doch. Mit lila Helm. Ja, mein Gott. Du kannst einem Hund auch einen Helm aufsetzen. Ist klar. Ist aber nicht so tierzistisch. Tierzistisch. Boah, hab ich ja Lust, ey. Ah. Frieden im Teil. Oh, Vanessa, du musst erst heilen. Hä? Ich verstehe echt nicht den Sinn dahinter, dass man Türen auftreten kann. Ja. Also leise öffnen verstehe ich ja. Aber wenn du die doch auch einfach mit Sprint öffnen kannst, wieso kann ich die dann nochmal extra auftreten? Wieso habe ich zwei verschiedene Animationen für den gleichen Effekt? Das ist damit, dass es so aussieht, als ob du es taktisch machst. Und dann einer so geht zur Tür, der tritt die dann auf und der andere schießt dann rein oder so. Keine Ahnung. Ja, ich könnte aber auch einfach kurz gegensprinten, dann komme ich auch schneller wieder davor weg. CP. Du hattest gerade übrigens keine Hallus. Sie war einmal unmittelbar hinter dir. Echt? Ja. Sie hätte eigentlich nur noch die Tür aufmachen müssen. Schön. Weißt du auch, wen du erwischt hast? Ja, Vanessa. Schön. Sie kauft. Alter, die Hunde springen hier. Ich fasse es ja wohl nicht. Curry hat mich gedanst. Ja, gescannt habe ich gesehen. Ich scanne nämlich nur, damit ihr euch gegenseitig seht. Mhm. Ist aber lieb. Ja, finde ich auch. Ich bin halt ein guter. Ist ja nicht so, dass wir sowieso die Namen hier drauf rumlaufen sehen, ne? Bin halt noch nicht so verdorben wie Ösi. Was? Ich mach's trüppier noch gegen den Wind. Gegen den Wind. Aber manchmal kann er so eklig sein, ne? Der ist oben drauf auf dem Haus. Lüge. Ja, jetzt nicht mehr. Habe ich dir wenigstens was kaputt gemacht? Den Gemma oder so? Mein rechtes Ei. Also wie immer. Also wirst du kein neuer, äh, Österreicher, der die Macht will. Die wird er eh nicht kriegen. Geh weg. Danke dir. Was? Ich meinte nicht dich. Du warst nicht so höflich, du hast mir grad einen Gemma hinterlassen. Würde ich ja auch nicht tun, doch. Ich wollte grad fragen, wo es wieder seine Eier dran reibt, ey. Neben dir. Obwohl, warte. Wundert mich, dass du mich nicht gemässert hast. Ich lieg' ein Stück weiter rechts von dir. Ja, genau da. Der rutscht immer runter. Oh, warum hab ich so kranke Ideen manchmal? Liegt an deinem Gesicht. Das liegt an deinem Arsch. Oh ja, das auch. Dein Gesicht und mein Arsch. Ja, echt. Ich überleg mir auch immer wieder, wenn ich einen Hund mit deinem Gesicht hätte, würde ich ihn den Arsch raussehen und rückwärtslaufen beibringen. Zipid, lass das. Oh, ihr kackt doch grad wieder gegen den Wind, ey. Warum? Weil keiner in meine Falle reingelaufen ist. Ja, aber wieder die Frau abballern, ey. Das sind wieder die Männer, ey. Meine Fresse. Frauen-Power. Kleinen Machos ohne Eier. Frauen-Power. Wollen doch gleich Berechtigung. Ja. Außerdem heißt es doch immer so schön, Ladies First. Das heißt, du sollst es zuerst nehmen, bevor sie dich nehmen. Ach so. Das musst du auch sagen. Ja, wo kriecht er wieder rum? Du Frage. Wo reibt er wieder sein Gemächt dran rum? Hast du schon mal in dir geguckt? Ja. Das ist leer. Manchmal passiert das. Weil ich so aus, dass ich ihn reinrutsche. Oh, ey. Oh, das ist ein Hund. Sicher, dass es ein Hund war? Vielleicht macht er Curry. Ja, ne, es bewegt sich gerade. Und es knurrt. Ja, Curry kann auch knurren. Wenn er richtig kronig ist. Aber nur, wenn keine Hündin zur Hand ist. Du Arsch. Ey, da erschreckst du dich aber auch manchmal. Wo war der denn? Äh, ja. Genau da. Ja. Wo ist er? Ja. Rot auf Prager. Curry. Da ist er. Boah. Wie er aus der Ecke gesprungen kam. Na, Perspektive. Ja. Ich habe eigentlich damit gerechnet, dass du da gleich die Treppe hochläufst. Und dann höre ich dich hinter mir die Eier rasieren. Nee. Dann lasse ich auch noch ein. Nee. Kannst du das Spiel so laut stehen? Zwei, eins. Also ich höre es, wenn du dir die Eier rasierst. Oh, es ist nicht. Das machst du ja nicht gerade leise. Sollte ich ein anderes Schaum nehmen? Das klingt ein bisschen so, als hättest du einen Pudel vergewaltigt. Ich doch. Ich doch auch mal. Ich weiß, ich habe ihn hier kaputt geschossen. Du siehst, er dir geht's. Ach, du verblödetes... Was war... Drecksvieh, ey. Ich glaube, er hat uns gerade beide gesehen und auch auf uns skizziert. Und dann wurde er kaputt gefressen. Ich habe mir zugeguckt, wie du gefressen wurdest. Ich hätte dich auch erschießen können. Oh, ey. Ist jetzt Gemma wenigstens kaputt gegangen? Nee, ne? Du hast nicht geschossen bei mir. Ich habe auf ihr Gemma wenigstens geschossen, aber ich glaube, der ist heile. Wie gesagt, bei mir hast du nicht einmal geschossen. Aus meiner Sicht. Super. Ja, Curry wird langsam wieder warm. Langsam? Ja. Muss er ihnen noch ein bisschen mehr Süßholz raspeln. Oder deinen Hintern hinhalten. Nee, der heute bist du dran. Ich mag jetzt, wenn er mir unterm linken Eikulott hat. Also, Frank, weißt du Bescheid? Nee, nee, heute ist CP dran. Das Ja ist um. Immer auf, die alten Faulen. Ist das die große oder die kleine Map? Die große. Ich glaube, das ist die große, ja. Aber du versteckst dich nicht in diesem Kack-Lüftungsschacht, oder? Würde ich nie tun. Das Lüftungsschacht? So, dieser unterirdische Scheiß-Dings da. Also nicht Lüftungsschacht, dieser Keller da. Au! Ich konnte einmal kurz Princes sehen. Schön. Ja. Echt? Weil sie in die Luft geschlagen hat? Ich glaube, ja. Weil sie wahrscheinlich eine Tür aufgetreten hat, oder so. Beim Türauftreten sieht man ja eigentlich nur die Tür aufgehen. Aber sie hat jetzt gerade auch noch einmal kurz in die Luft geschlagen. Dann schlag du auch nochmal in die Luft. Hab ich. Jo, ich seh dich. Loll. Sag mal, gib mal einen. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Da wartet er da oben, ey. Ja, ich hab gedacht, du bist da unten noch drin. Ja, wir waren da auch zu zweit noch unten drin. Ich war der Erste, der das raus wollte. Aber gut, ich glaube, Vanessa hat gerade den anderen Ausgang genommen. Die läuft hier nämlich gerade oben rum. Scheiße. Ja, die ist hinten raus, ganz hinten. Ja, ganz vorne. Ja, kommt drauf an, auf welche Seite du siehst. Ja, aber ist doch schön. Das ist doch mal schön. Weil, wo ich jetzt gespawnt bin, gibt es halt auch ein eigener. Das wäre jetzt für mich vorne. Und da, wo ich gerade rausgegangen bin, wäre für mich hin. Das wäre jetzt mal schön ausgeglichen. Das ist halt deutsche Qualität, was hier abläuft, ne? Deutsche Qualität. Okay, machen wir jetzt wie folgt. Ich werde erst mal hier hingehen. Scheiße, ich werde durch sie durchgerutscht. Oh, warte mal, das klang irgendwie falsch. Ah, das mache ich auch öfter. Bankenstein ging allein in die schwule Tunte rein. Der Sieg ist nah. Konzentration. Ich werde jetzt eh von ihm weggedönscht. Konzentration. Positiv denken. Positiv denken. Es kommt bald Geld. Und dann gibt es... Es war so klar. Da ist er. Renn mal, Junge, renn. Tue ich auch. Ja, ich habe es gesehen. Du, sie hast mich gesehen. Ich habe dich aber nicht gesehen. Ey, das ist so... qué? Ja. Natürlich. 15 Minuten. Ich wollte gerade sagen, ich hasse es, wenn das passiert. Ich habe gesehen, wie du hier reingerannt bist, krabbelt dir hinterher und dieser Raum ist auf einmal leer. Und ich weiß, es gibt eigentlich keinen anderen Ausgang. Ich habe jetzt nur dieses schmatzende Geräusch gehört. Schmatzende Geräusch? Das hört sich echt so schmatzend an. Ich lasse meinen Schatz nicht in der Hose. Das heißt es. Das ist wie ein Professionals macht. Oh, Gamer. Oh, hier geht es jetzt echt in den Tunnel, oder? Darauf habe ich keinen Bock auf den Tunnel. Ja, verreckt doch einfach, Junge. Scheiße. Ach ja, stirb doch mal gleich mit. Yes. Gut gemacht. Das kann doch nicht wahr sein, dass du so viel aushältst, du keiner Bastard. Puh. Jetzt mal spiele ich mit Raketenwerfer. Ja. Hast du gesehen, wo du bleibst? Ich hoffe, dass dein Team ein Ducktape dabei hatte. Das willst du brauchen. Ja, du spielst eindeutig zu viel Arma. Ich habe Arma noch nie gespielt. Doch, ich habe damals ein bisschen Ding gespielt. Muss ich zugeben. Ja, aber das passt jetzt mit dem Ducktape. Ja, ich habe Trump noch nicht gespielt. Objectives confirmed. Ich besitze auch nur Arma 2,4. Na, Arma ist ganz witzig. Wenn die richtigen Leute da sind, ist das richtig witzig. Carre. Boah, Alter. Stirb doch einfach. Ich habe andere Probleme als zu sterben. Auf jeden Fall ist der Gemma von Frank auch kaputt. Das habe ich schon nachgeguckt. Geht doch. Danke, Vanessa. Alter. Nice, Vanessa. Ich war voll erstrucken. Der war gut, ey. Ja, der war gut. Ich hatte nämlich so ein paar Probleme. War die auf einmal hinter mir, ey. Boah. Das hat, da war sie wirklich jetzt so ein, das war sehr gefickt eingeschädelt. Also ich glaube, Vanessa kriegt ständig den Erfolg Graupe. Das ist nur ein Griechen. Ich glaube, das machen wir alle derzeit. Ja, irgendwie schon. Ich rannte gerade, die ganze Zeit durch die Map. Das ist, wie ein Professional das macht. Ich bin gar nicht so gut, wie ich dachte. Ich bin gar nicht so gut. Scheiße. Wo hast du das ge... Nein, wo ist das? Hallo, Frank. scheiße hat doch ein bisschen mehr schade gemacht was gedacht war also die runde zieht das ist richtig gut das ist gut baby das ist so schön brückelt in meinen bauch aber das war mein fehler entschuldigung gib mir mehr schokolade wie gestern abend du machst mich so verrückt mit deiner finger in meine popo eine mon amour vanessas gemma ist kaputt ich will nicht wissen was bei vanessa kaputt ist ich möchte wissen was bei euch kaputt ist von mir ist alles verhalten ja ist vanessa erledigt nein curry vanessa gemma kaputt und curry erledigt wusstet ihr eigentlich dass pinguine beim geschäftsverkehr sterben was echt zumindest ja mit dem misch getrieben habe oh entschuldigung jetzt bin ich dran oder was ja jetzt bist du dran ich sagte ja der typ macht nichts anderes als teamkills entschuldigung eins zwei drei sieben ok war der gemma eigentlich kaputt mit seiner meiner nein seiner ich wollte gerade sagen keine ahnung was war das denn jetzt naja acht hunde waren hinter ihr ich hab sie getötet sie hätte nicht mehr stehen bleiben können da waren acht köter hinter ihr ja ja doch noch sieben sieben oder acht zumindest ach jo schön at least hat sie eine bessere kd als frank ja müsste sie jetzt auch mittlerweile haben nein der ein tod weniger als du wenn es rangliste wäre ja ja hier wird die kd nicht gehabt aber ich meine jetzt auch gerade aus dem match doch dann noch viel